Pari Vrta Pada Bhujangasana, die Kopra mit verdrehten Beinen. Vishnu Prema von Yoga Vidya zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Advasana, Bauchentspannungslage. Von hier gibst du die Hände unter die Schultern und kommst nur ganz wenig nach oben. Dann überkreuzt du die Beine, sodass ein Oberschenkel über dem anderen ist und hältst dann einen Fußrücken auf dem Boden und die Zehen des anderen Fußes auf dem Boden. Und jetzt kommst du hoch zur Kopra. Dabei wirst du merken, es fällt dir schwerer in der Hüfte auszuweichen, sodass diese Stellung besonders gut Bauch- und Brustflexibilität entwickeln kann. Auch die Oberschenkelmuskelflexibilität wird gefördert, Quadrizeps, wie auch die Flexibilität der tiefen Bauchmuskeln, Psoasmuskeln. Das ist eine schöne Abwechslung zur normalen Bhujangasana-Kopra. Diese Stellung entwickelt nochmals die einseitige Flexibilität als Vorübung für die beidseitige Flexibilität. Alle Informationen über viele Variationen von Bhujangasana findest du auf wiki.yoga-vidya.de an! an! Untertitelung des ZDF, 2020